Wir sind extrem stolz auf die Mannschaft. Es ist etwas Besonderes, hier mit Stamford Bridge einen Punkt mitzunehmen, mit der jüngsten Mannschaft im Champions-League-Wettbewerb. Von dem her fällt das Fazit sehr, sehr positiv auf. Ja, es war sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir uns auch erwartet haben, weil, ich habe es ja schon auch gestern bei der Pressekonferenz gesagt, der Trainer für eine klare Idee von Fußball steht. Die hat er jetzt hier auch implementiert in Chelsea. Und von dem her war es heute keine Überraschung für uns. Es ist immer geil zu sehen, wenn so Jungs reinkommen. Junge Buben, muss man so sagen, die leben hier ihren Traum, kommen rein, drehen dann so eine Partie. Aber auch ein großes Kompliment an alle anderen. Da kann man jeden Einzelnen durchgehen. Die sind absolut an den Anschlag gegangen heute, haben einen richtigen Fight-Mode auf den Platz gebracht. Und dann für mich auch verdient hier einen Punkt mitgenommen. Was ist das für Sie? Also soweit denkt man nicht. Zum einen, wie Sie wissen, am ersten Spieltag hat Zagreb gewonnen. Demnach ist genau das eingetreten, was ich schon nach der Auslosung gesagt habe. Dass es eine unglaublich schwere Gruppe ist. Vor allem auch mit Zagreb. Dass es eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft ist. Das hat sie jetzt auch wieder gezeigt. Auch heute, wenn ich zumindest die Ausschnitte gesehen habe. Jetzt kurz nach Spielende. Wir werden es abwarten. Wir werden jetzt erstmal erhobenen Hauptes hier nach Hause fliegen. Resümee ziehen. Jetzt am Wochenende nochmal die Bundesliga genießen. Und dann gibt es ein paar freie Tage rund um die Länderspielabstellungen. Und dann gehen wir den nächsten Block an. Und dann gehen wir den nächsten Block an.